Ich erzähle dir schnell und effektiv, dafür bin ich bekannt, wie du bereits vor Release von Harry Potter Legacy kostenlosen Loot erhältst, welchen du mit ins Spiel nehmen kannst. Also als Loot gibt es Klamotten, eine Sexmaske, einen Zauberstab und deinen angepassten Patronus-Zauber. Des Weiteren wirst du schon mal in einem Haus zugeteilt und bekommst dafür exklusive Kleidung. Link dazu in der Beschreibung. Einfach auf Hogwarts-Legacy.com, Account erstellen und starten. Ich werde das gesamte Spiel natürlich streamen, aber auch auf YouTube werde ich dich damit belästigen. Ich werde den Free-Loot-Prozess aber nicht mit dir durchgehen. Aus dem einfachen Grund, es waren für mich schöne 20 Minuten, in denen ich Entscheidungen treffen musste, mich ein bisschen beschreiben. Und danach wurde alles auf mich angepasst. Der Zauberstab, der Patronus und das Haus. Deswegen, solltest du das Spiel selbst spielen wollen, geh es für dich selbst durch und erfreue dich an diesem kleinen Easter Egg, was Harry Potter Hogwarts Legacy bereits für uns bereithält. Solltest du ein Muckel sein, schallt ab. Los, schallt ab. Das war mein Muckel Abwehrzauber, das klappt immer. Das war's auch schon. Bis später. Bis später. Bis später. Vielen Dank.